Mein Kalender von Eva K. Kühn So eine möchte ich sein, die die Kalenderblätter abreißt aus Neugierde, was da hinten draufsteht, und nicht, um sich Bestätigung zu holen, dass tatsächlich die Tage vergehen, bis zum Wochenende, Urlaub, Besuch der Kinder, bis irgendeine Hürde endlich genommen ist. Montag, der 17. März, Omas Kartoffelsalat. Dienstag, wußten Sie schon das Gottlieb Daimler, Mittwoch, Aphorismus von Lichtenberg. So eine möchte ich sein.